Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Universität Koblenz-Landau bei dem Fitness-Contest 2015. Heute werden wir ein artemüberraubendes Workout starten. Dazu ist heute zu Gast die internationale Elite aus der Fitnessbranche. Einmal auf dieser Seite die Gruppe der Koordination und Gleichgewicht. Auch dabei sind die Gruppen der Kräftigung, der Dehnung und der Entspannung. Also liebe Fitnessbegleiter, lasst uns den Kampf gegen die Kilos beginnen.